Diesmal sollten Sie in der Auswahl Ihres Schülers sorgfältiger sein. Für unsere Zwecke brauchen wir einen besonderen Mann. Was ist scheiße an mir? Alles, alles an dir. Schüler, wach jetzt auf. Es ist Zeit, aufzustehen. Scheiß drauf. Verstehe, du bist noch nicht bereit. Lernen rettet die Nation. Lernen rettet das Syndikat. Du solltest im Unterricht nicht schlafen. Es wird niemand von dieser Schule verwiesen. Niemals. Es gibt keinen Weg, die Schule zu verlassen. Außer in einem Sarg. Der einzige Ausweg, du musst Polizist werden. Das Syndikat ausgebildet kehrt als Bulle auf die Straße zurück. Mr. Socrates. Scheiße, das brennt wie Sau. Oh oh. Tut mir leid, ich hab dich verwechselt. Hey! Bist du wirklich ein Bulle? Ich? Du bist einer. Na dann, wiedersehen.